Schnell da rein. Dass Hanson so heilen kann. Interessant. Ach, keine Scheiße. Gifte hier. Wie viele Sonderbonbons habe ich überhaupt? Eins. Nee, noch nicht. Noch nicht. Wer will das nicht? Aber es ist nicht schlecht. Eigentlich unmöglich. Da verliert man eh immer Ocker. Oh. Feuervogel. Wahrscheinlich will die mich auch umpusten, wer weiß. Äh, darf ich jetzt nicht. Auch nichts. Los, Dorni. Du hast Wasserattacken. Auch Vario, aber Vario hat eine Wiese speziellen Griff. Dingsbums. Oh. Respekt. Hast du den Step? Hab das. Bleib bei Hitzewelle. Gut, dass Dorni so schnell ist. Ich mein, der Out... Okay, der Level-Unterschied ist nicht gerade kleiner. Trotzdem. Wann, äh... Outspeedet man schon mal einen Lavatus. Das wird wieder schöne Punkte geben. Ein Larmus. Spuckball wäre auch geil. Aber, ähm... Volvagia-Sigletcher-Move muss der Flammenwurf sein. Da... Da geht kein Weg drum vorbei. Oha. Blättertanz. Larmus hat auch eine schlechte Spezialverteilung. Aber eine gute Verteilung. Ja. So in etwa. Und es bleibt irgendwie stürbar im Eisenschweif. Oha. 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 Och mani. Ich mochte mein Schnarchi. Mit... Metallkraft. Furienschlag. Lächerlich. Pelippa. Puh. Ich hab keinen Elektroatz. Das ist doof. Oha. Dann macht's der Wario. Da. Hab Mogel-Heap. So. Jetzt ein bisschen vor... Au. Ich bin doof. Komm her, Def-Mäntl. Das war auch ziemlich fixierende Unterschall. Ja, Psychonese. Magnei. Magnei. Weg hier. Was macht jetzt diesmal Wario? Na na. Was tut das so rum? Ich schmeiß dich einfach weg. Oder... Naja. Durchbrich dich. Das ist sicher. Oha. 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 Ich guck. Was mir gerade auffällt. Ich sollte mal wieder... Äh. Facepalm besuchen. Oder... Ja. Das erste Mal. Seit ich es in die Pension gesteckt hab. Oha. Ein... Äh. Ein Besuch ist auf jeden Fall wert. Und warum wär eigentlich schon wieder vergiftet? Oha. Ah. Waren Druckbefreit denk ich mal. Bäh. 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 Ja. Schon wieder rein. Diesmal wird geturbo-dance. So. Dass der Boden jetzt nicht brennt. Durch die ganze Reibung. Hier hab ich schon genommen. Kann ich überruinen. Oha. 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 Erstmal nach rechts. Servus. Tromp... Äh. Tromp. Bringt dir das Malenbeuer. Aha. Ein Panthier. Mario. Täcle wie süß. Dafür wirst du jetzt gebrochen. Durch gebrochen. Naja. Tch 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 tch. Hm. Bist du jetzt home? Weiß. Was? 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 Ach. Was? Das könnte man wohl vage umbringen. So. Ja. Einmal finster Faust und Kulis. War da was? Was? Ich weiß nur, es gibt jetzt was auch ins Gesicht. Hm. Balder Fisch. Fisch. Ah. Das war es Nieselballfisch. Ja, ja, super. Oh Gott, nicht verdrücken. Nicht verdrücken. Fehler werden hier nicht verzeiht. Naja. Nicht direkt verzeiht. Haha. So ein Fehler auf jeden Fall nicht. Was ein Arsch. Ja, ja, super. Wetter. Dingsbums. Regen. Ja. Ja, ich bin schon was besonderes. Nicht? Da ist... Irgendwie niemand. Das ist quasi die Hauptruide. Das ist quasi die Hauptruide. Ja. Ich habe zwei interessante gefunden. Oh Gott. Welle. Ein Planer. Nicht interessiert. Obwohl ich jetzt umliegen könnte. Vielleicht mach Speed Surfer. Ich sehe was. Was willst du? Uno. Den tut man. Los IQ. Mach ihm platt. Kratz nur ein bisschen. Oh. Das wollte ich nicht. Egal. Nichts ohne See. Tod. Oh ja. Volvagia erreicht. Level 32. Ich glaube lange dauert es nicht mehr. Dann hat es wieder eine Attacke. Ich hätte echt gern wissen was das alles kann. Ich glaube da sind nur die Lilex und Siboria Karma. Hauptsache ich kann die Namen noch auswendig. Geht weg. Geht weg. Lass mich. Lalalalalalalala. Ach dich. Pust dich um. So. Biber holen voraus. Nochmal extra heilen. Habe ich jetzt echt schon alle zerlegt? Finger fix. Was nun? Ah ja. Oh Gott. Biber. Äh. Death Metal. Herr Psychonkar. Danke sehr. Noch ein Biber. Ich habe ein Déjà-vu. Okay. Das mit Targeted war kein so. Aber hey. Pins hier. Äh. Oh Gott. Mike. Äh. Death Metal. Ja. Ich mache das jetzt ganz schnell. Nicht viel ziehen. Ah. Das war so überflüssig. Gott mehr da ratzfratzen. Okay. Hab ich gehört. So. Ich dachte. Oder kommt es jetzt auf Level 37 wieder was. zu. Grabe. Pff. So. Nochmal heilen da. Pwegen. Zertrümmerer Vieh holen. Meine Güte. Äh. Wer konnte nochmal Zertrümmerer? Und Stärke? Nein. Stärke kann, äh, die Hüpf. Warst du da Zertrümmerer oder Zertrümmerer? Schneider. Du hast jetzt ja Schneider. Du hast jetzt ja Schneider. Ah. Rocky war glaube ich da Zertrümmerer. Jupp. Dorni mach kurz mal ne Pause. Zurück. Mit. 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 continue. Wer ist die Frage, kann ich dich umliegen? Ne, ich riskier es nicht. Das macht der liebe Defekt either. Willst du den vorderen schlagen? Das sitzt jetzt nicht so. Ich werde dich angreifen lassen sollen. So. Achtung. Hier. Nichts passiert. Ähm, so. Ich mach das Vorspulen nur... Oh, oh. Oh, 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 oh. Markbier unter dem Stein. Nett, aber... Nichts interessiert. Ba, ba, ba. Nestball. Die Mühe wegen dem... Nestball, nee, Nestball. Du bist jetzt so lahmarschig. Du auch. Aber ich will eigentlich noch einem Traschel begegnen. Ach, SOS Group gibt's ja auch. Au. Arschloch. Äh, okay, ich bin jetzt schnell genug. Santini, wär auch cool. Paratswärts... Paratswärts hab ich Respekt. Oh Gott, Bauchtrommel. Natürlich. Was zur Hölle hat das Wert? Attacke. Ähm, blöd. Mit der Psiwelle. Amprero? Weg. So. Was? Schönes Nebentraining. Hallo, ich will den Traschel sehen. Ich will nur wissen, was es kann. Toll, ich bin eingefroren. Jetzt nicht mehr. Haha. Meditieren. Nicht schön. Pah, einige aufs Gesicht. Auch ein Tyrakrok. Ich habe ja ein SOS-Kroko. Und das wird, das wird noch alles, das wird mein SOS-Kroko noch erlernen, wenn ich es mal trainiere. Interessant. Ähm. Immer noch Respekt vor dem Vieh. Moment, das konnte Eissturm. Jetzt habe ich noch mehr Respekt. Hallo, wo blei... Au, au, au. Vorsicht. Wo zum Geier bleibt links, Bums? Äh. Traschel. Ich weiß nicht, dass da eins ist. Ich habe es ja vorhin noch gesehen. Ist das so ein Seltenes, oder was? Oh, cool. Hallo? Oh Gott. Oh Gott. Pff. Oh. Ich habe vorhin ein Bier geflogen. Das riskiere ich nicht nochmal. Oh shit. Lass mich bloß weg. Äh. Devin, bitte. Bis dir zuglickt als physische Ratios. Sack. Und ins Gesicht. Uiuiuiui. Mach mir Angst. Ich weiß, das ist jetzt etwas nervig. Aber es ist ein gutes Training, muss ich sagen. Hockey ist eigentlich jetzt komplett fehl am Platz, aber hey. Ich weiß, das ist jetzt nicht mehr. Ich weiß, das ist immer stärker. Oh. Ich weiß, das ist schon vor allem. Eigentlich will ich das gar nicht. Oh Gott. Von dem fliege ich auf jeden Fall. Äh. Deathmantle Hilfe. Finzerfaust. Finzerfaust. War es gekillt. Äh. Machen wir Finzerfaust. Warte. Nein. Wo war das Draschel? Verdammt. Moment, war das an der Grenze zu sieben, Schatzschuh? Also hier? Da ist es. Okay, du kannst schon mal fertig. Äh, wer ist ein guter Tanktap? Was kannst du? Stachler? Aha. Ja, ja. Hauf. Hauf. Wie Finzerfaust überlebst du, oder? Ja. Kratzfuhrwege. Das klingt nie so schön. Oh Gott, ein Sonnenkirn. Oh geil, ein Stoll oder so, das habe ich schon. Commander. Nö. Ähm. Kratzfuhrwege. Kratzfuhrwege. Panzerschutz, Kratzfuhrwege, Stachler und Vorgeln schlagen. Warum lernst du so viel Schrott? So. Ja, jetzt habe ich das und jenes und dieses und bla. Das. Da bleibt nur noch ein... Achso, Rocky, raus. Drei. Drei. Drei.